Das ist Klaus. Er möchte das Glasfasernetz von Herliberg und Meilen nutzen. Ihm ist jedoch wichtig, dass er auf lokale Unterstützung bei dieser Umstellung zählen kann. Deshalb hat Klaus einen Termin mit der Didiko AG vereinbart. Die Didiko AG ist aus myfi.net entstanden und seit 2018 die lokale Betreibergesellschaft des Glasfasernetzes von Herliberg und Meilen. Sie ist je zu 50% im Besitz der Gemeinde Herliberg und der Telemag AG, hinter der 100% die Gemeinde Meilen steht. Da die Inhaber der Didiko AG die Eigentümer des physischen Glasfasernetzes sind, kann sich Klaus darauf verlassen, dass er mit der Didiko AG einen Ansprechpartner hat, welcher ihm beim Providerwechsel in allen Belangen zur Seite steht. Mit Salt, Sunrise, GGA Mauer, iRay und Surfpack stehen Klaus verschiedene Anbieter für seinen Internetanschluss zur Auswahl. Die Didiko AG kann Klaus aus einem neutralen Blickwinkel beraten und ihm den administrativen Aufwand beim Providerwechsel abnehmen. Auf seinen Wunsch ist ihm die Didiko AG auch bei der Installation der neuen Geräte behilflich. Mit unserer Unterstützung brauchen auch Sie keine Angst vor einem Providerwechsel zu haben. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin. Mit der telefonischen Terminvereinbarung stellen wir sicher, dass wir genügend Zeit für Sie haben, um auf Ihre individuellen Wünsche einzugehen. Die Didiko AG